Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Fortnite Skins vorgestellt bei uns auf dem Kanal, sofort und gleich. Ja Leute, hier, schaut euch das mal an. Das ist ein neuer Spider-Night. Alter, guck dir mal die Finger an, ne? Ja, der Teil ist uns zufälligerweise, als wir den neuen Skin gesucht haben, diesen Schlangen-Skin, den Cobra, da sind wir auf den hier gestoßen, und das Teil ist richtig crazy, ja, gefällt mir persönlich ziemlich gut, und deswegen lassen wir es doch einfach mal jetzt hier laufen. So, wenn ihr euch kostenlos unterstützen wollt, dann used gerne im Itemshop, den Creator-Code, sofort und gleich.tv, dann auf annehmen und drücken und dann unterstützungs-kostenlos, und ich würde sagen, viel Spaß mit dem Video. Nicht lange, aber wenigstens ein kleines Gameplay. Ja. Ja, und irgendwie, Irgendwas ist hier momentan kaputt, keine Ahnung, bei diesem Wiederholungs-Gameplay, weil es ist schon wieder abgestürzt. Und, ja, sorry, trotzdem haben wir ihn ganz kurz mal gesehen. Ja, aber wir haben ihn trotzdem mal ganz kurz sehen können, ich weiß momentan nicht, was da los ist mit unserer Replay-Funktion. Ist jetzt schon ein paar Mal abgestürztes Fortnite. Sorry dafür, auch an dich, Superkeks, wir haben hier eigentlich auch die Schlachtenstäbchen gesucht für dich. Brauchen wir ja nicht lange zu suchen, die sind ja hier haufenweise auf der Möp, aber irgendwie stürzt ihr ständig das Gameplay ab. Sorry, tut mir leid, Leute. Aber immerhin habt ihr den jetzt mal gesehen hier, auch wenn er nur ganz kurz einen Kill gezeigt hat. Ja, damit verabschiede ich mich von diesem Gameplay. Nee, wenn es euch trotz allem gefallen hat, dann lasst doch mal bitte einen Daumen nach oben da, wenn ihr auch gehypt seid auf diesen Spider-Night hier. Dann schreibt doch mal was in die Kommentare, abonniert den Kanal, benutzt unseren Creator-Code sofort, und gleich steht TV und schaltet es nicht mehr wieder ein, wenn es wieder heißt Fortnite Skin Gameplays. Mit mir, der Mann gleich, auf rein, macht's gut, bis dann und tschüss.